Und hier ist er wieder der Typ, der sich keinen Frisasseur leisten kann mit den News zum Wochenende. So viel gibt es dieses Wochenende gar nicht zu berichten. Also doch, es gibt schon ein paar Sachen, aber es gibt diesmal nicht ganz so viel wie die Wochen zuvor. Also lasst uns starten. Ohne viel Tara, ohne viel Tamtam, irgendwie stand auf der einen oder anderen Webseite, dass eine neue Printing-Plattform online gegangen ist, Printivox. Ich habe keine Ahnung, woher diese Plattform stammt. So viel kann ich euch schon mal sagen. Einzig und allein, was ich herausbekommen habe, ist, dass der Inhaber der Domain in Raikia-Wieg sitzt und das Ganze sogar an einer Adresse, wo es um einen sogenannten Coworking-Space geht. Für Leute, die das nicht wissen, was das bedeutet. Der Coworking-Space, das sind Büroflächen, wo verschiedene Leute sich einmieten können, stundenweise und zusammen an Projekten arbeiten können. Oder auch getrennt, alleine. Es gibt dann auch einzelne Büros sozusagen. Und darauf ist diese Domain registriert. Es gibt weder ein Impressum noch irgendwas, woher das kommt. Na gut, was soll diese Plattform eigentlich Besonderes haben? Wir haben ja schon verschiedene. Diese Plattform soll von Maker für Maker sein. Wer dahinter steht, haben wir gerade eben geklärt, wissen wir nicht. Sie soll genauso wie andere Plattformen, so verschiedene Kategorien für Mode, Kunst, Fahrzeuge, Gadgets, sucht euch was aus, haben. Und sie soll die Möglichkeit bieten, kostenlose und kostenpflichtige Modelle anzubieten. Okay, das mit den kostenpflichtigen, das haben wir auch schon in so anderen Plattformen. Ich denke da so speziell an MyMiniFactory. Aber hier soll der Knackpunkt darauf liegen, dass diese Plattform sich nichts von diesem Transfer sozusagen nimmt. So ein bisschen sieht die Plattform auch merkwürdig aus, denn es steht da, die Plattform nimmt sich nichts. Das Ganze geht anonym über die Bühne. Es hat so einen faden Beigeschmack. Denn es bleiben dort enorm viele Fragen für mich offen. Fangen wir einfach mit dem an. Wie schon gesagt, wer steckt da eigentlich hinter? Auf der Plattform ist bisher noch nicht sehr viel los. Und genau genommen sind da eine Handvoll kostenlose Modelle und das war's. Ich weiß zwar nicht, wie sich diese Plattform etablieren will, aber wenn dort keine Transfergebühren oder Sonstiges durch irgendwelche Einnahmen erzielt werden, sei es durch Werbung, sei es durch andere Sachen, das gibt es dort auch nicht, dann stelle ich mir ernsthaft die Frage, wie sich diese Plattform selbst finanzieren will. Weil von nichts kann diese Plattform nicht leben. Es fallen ja auch Gebühren an. Irgendjemand muss diesen Server im Hintergrund bezahlen. Den gibt es ja nicht for free irgendwo an jeder Ecke. Da fallen immer Kosten an. Und auch wenn es von Maker für Maker ist, dann ist die Modellauswahl darauf gerade nicht sehr, ja, wie möchte ich sagen, sehr aufschlussreich. Dann stellt sich die Frage, wieso eigentlich eine neue Plattform? Viele große Plattformen haben sich etabliert. Wir haben in letzter Zeit neue dazu bekommen. Die älteste Plattform, die mir einfällt, ist Singiverse von Ultimaker. Dahinter steht die Firma Ultimaker, die das Ganze vorantreibt. Danach kam Printables von Prusa. Dahinter steht Prusa natürlich mit dem großen Namen. Und zu aller guter Letzt haben wir auch noch Maker World von Bambu Lab. Und auch da steht, wie gesagt, diese Firma hinter. Es gibt dann noch diverse andere. Als Beispiel, sei mal hier noch genannt, My Mini Factory und so weiter, wo man tatsächlich auch Sachen kaufen kann. GameBuddy ist zum Beispiel auch so eine. Da sind hauptsächlich Bezahlmodelle drauf. Aber, und genau das ist der Knackpunkt, das Ganze läuft nicht zu 100% anonym. Denn ihr müsst auch daran denken, wenn ihr solche Sachen verkauft, dann tut ihr das in der Regel gewerblich. Bedeutet im Klartext, ihr könnt dann nicht einfach so privat zu privat 35.000 Mal das Modell verkaufen, da einen Haufen Kohle einkassieren. Ja, wir leben leider in Deutschland. Ihr müsst darauf Steuern bezahlen. Die Frage ist also, wie wird das hier bewerkstelligt? Denn das geht aus keinem der Lizenzterms bei denen heraus. Und, oh, also ich würde sagen, diese Plattform wird eventuell genauso schnell, wie sie gekommen ist, auch wieder gehen. Aber ihr könnt mir einfach mal zu dem Thema da unten einen Kommentar hinterlassen. Wie seht ihr das? Könnte das eine Steuerhinterziehungsoase werden? Wird die Plattform genauso schnell gehen, wie sie kommt? Mich interessiert es. Eigentlich schon ein Undenk. Und ganz ehrlich, ich bin traurig, enttäuscht. Das würde wahrscheinlich eher meine Reaktion darauf beschreiben. Vielleicht auch noch schockiert. Der YouTuber Teaching Tech hatte bereits vor zwei Wochen ein Video zum Prusa XL gemacht. Nachdem er wirklich lange auf das Ding gewartet hat, er hat es 21 bestellt, 22 sollte es kommen. Dann hat es sich verzögert. Da gab es ja verschiedene Sachen. Erst gab es irgendwie Verzögerungen, weil das Modell nicht richtig ausgereift war, weil die ersten Maschinen Probleme machten. Dann gab es Lieferengpässe. Dann gab es wieder Probleme, die gefixt werden mussten und so weiter. Hin und her. Und das Ganze hat wirklich lange gedauert. Der YouTube-Kanal Teaching Tech beschreibt relativ gut seine OTC und wie viel er am Ende für das Gerät bezahlt hat. Gut, da gab es auch ein paar Probleme. Da war er über 5000 US-Dollar. Das ist eine Hammersumme für dieses Gerät. Und was das Gerät nachher abgeliefert hat, ja, das schockierte sogar mich. Denn ganz ehrlich, das ist man von Prusa nicht gewöhnt. Er berichtete zwar auch im ersten Video vor zwei Wochen, dass er solche ähnlichen Erfahrungen mit dem Prusa Mini gemacht hat. Aber bei einer Industriemaschine wie der Prusa XL ist eigentlich ja suggeriert. Und wohin er eigentlich soll. Es soll ja ein Rack-Mount-System sein, mit dem man mehrere zusammenstapelt. So wurde es ja auch am Anfang verkauft. Dass das einzelne Anwender kaufen, ist ja auch nochmal ein anderes Ding. Multimaterial über mehrere Wechseldruckköpfe und so weiter. All das scheint nicht so sauber zu funktionieren. Und vor wenigen Tagen hat er ein zweites Update-Video dazu gepostet, was extremst interessant war. Denn in diesem Update-Video gab es eine neue Firma, die vieles verbessern sollte. Und auch das funktionierte nicht sauber. Weil er ja im ersten Video ja schon sagte, vielleicht ist das ein Early Adapters Ding. Das bedeutet auf gut Deutsch, ja, der Erste, der so eine Maschine in der Hand hält, ja, der hatte ihm schon mal mit Fehlern zu rechnen. Aber angesichts dieser langen Verzögerung und Entwicklungszeit, muss ich gestehen, erwarte ich persönlich mehr von so einem Gerät. Vor allem in dieser Preiskategorie. Wir reden ja hier nicht, wie gesagt, von einem 300-Euro-Drucker, den man um die Ecke im China-Shop kriegt. Sondern das ist tatsächlich schon eigentlich was mit Hand und Fuß. Es gab jedenfalls Riesenprobleme beim Drucken. Dann liegten die Nozzles, weil die sich nicht ordentlich sauber machten von den einzelnen Druckköpfen, die er dann adaptiert hat. Es gab Probleme mit der Brim, die urplötzlich vollkommen daneben platziert war vom Slicer. Also es gab die eine Seite den Drucker, die andere Seite den Slicer. Mittelschwere Katastrophe. Wenn euch das Video mal interessiert, wie gesagt, die sind unten immer alle verlinkt. Das ist, ja, wie soll man es sagen, eigentlich unschön und das ist auch nicht gerade sehr gut für den Ruf von Prusa. Eher sogar rufschädigend, wenn man sowas auf den Markt bringt. Und Prusa war bisher immer gut dafür bekannt, gerade auf Printing-Farms, auf großen Industriegebieten eben Fuß zu fassen und dort die Maschinen hinzubringen. Ja, Prusa-Maschinen sind teurer von Haus aus, was nicht nur mit dem Namen zu tun hat, dass da Prusa draufsteht, sondern auch, dass eine Unmenge an Zertifikaten dabei sind und das überhaupt gar kein Problem ist, sich in irgendeine Firma X so einen Prusa-Drucker hinzustellen, währenddessen es aber ein Problem werden kann, sich einen anderen Drucker dorthin zu stellen. Denn die Zertifikate für den einen sind vorhanden, dafür bezahlt man bei Prusa auch. Auf der anderen Seite, bei den Billigdruckern, sind die eben nicht vorhanden. Selbst, und das muss man dazu sagen, Bambulep hat ja zum Beispiel den Vorstoß gemacht mit dem X1e, um in diesen Zweig reinzukommen. Ich habe bisher noch keinerlei von diesen ganzen Zertifikaten dort gesehen. Und deswegen ist die Maschine aber auch eigentlich so teuer, wegen dieser Zertifikats, ja, wegen diesem Zertifikatswahnsinn, würde ich beinahe mal eher behaupten. Deswegen sind die so teuer. Das muss auch sein. Viele Firmen verlangen solche Zertifikate und Prusa macht sowas von Haus aus. Und das bezahlt man eben auch mit, neben der Entwicklung. Aber man darf dann auch nicht sowas abliefern. Und ja, eigentlich der User sein, der sich das erste Mal mit dem Gerät auseinandersetzt. Da stellt sich die Frage, ob die Entwickler des Gerätes denn auch das Gerät überhaupt ordentlich mal getestet haben. Und das ist leider etwas traurig. Aber auch dazu könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren ein Kommentar hinterlassen, was ihr davon denkt. Vor allem die Leute, die dieses Video gesehen haben, wart ihr da auch schockiert? Oder habt ihr eigentlich sowas schon erwartet, so ein Desaster? Ja, nun ist es endlich soweit. Der Vorverkauf des Apple Sun T1 und natürlich des S1 hat begonnen. Ja, die News sind jetzt mittlerweile alle komplett durch auf allen Kanälen. Ich sage es gleich vorneweg. Wer detailliertere Infos will, als die jetzt hier in der Zusammenfassung kommen, der kann mal beim Kanal von XR Control nachgucken. Er hat ein Video dazu gemacht. Auch das unten in der Videobeschreibung. Das ist sehr ausführlich, sehr gut detailliert beschrieben. Da könnt ihr euch dann weitere Infos holen. Ich möchte nur kurz zusammenfassen, was eigentlich diese Geräte besonders macht. Wir haben hier also einen Angriff direkt auf die Top-Modelle Bambulep und Creality K1 mit Delta-Druckern von Apple Sun. Apple Sun ist schon immer ein Delta-Drucker-Fetischist. Und die wollen natürlich mit den Delta-Druckern richtig punkten. Preislich ordnen sie sich tatsächlich auch in diese Richtung ein. Der kleinere T1 mit 560 Euro aktuell als Early Bird und 1399 der S1. Also wir sind so in den Preisliegen voll drin. Tendenziell eher in den Preislieger-Kategorien vom Bambulep als vom Creality K1 und K1 Max. Dafür muss ich aber auch sagen, kleine Seitennot, es sind erstaunlich gute Werte, die dieses Gerät erreichen können soll. Achtung mit Sternchen, denn können soll ist auch noch so eine fragwürdige Sache. Wenn wir uns nämlich die technischen Spezifikationen mal angucken, dann kommt irgendwie der T1, das ist der kleine, mit 1000 mm pro Sekunde Druckgeschwindigkeit. 30.000 mm pro Quadratsekunde Beschleunigung und mit 90 mm pro Sekunde Flow. Da stellt man sich die Frage, welches Filament das noch schafft. Man muss nämlich dazu sagen, das macht einen Unterschied zwischen einem Standard, ich sag mal PLA und einem Highspeed PLA, die speziell darauf ausgelegt sind. Und genau das, denke ich mal, wird hier auch der Punkt sein, das schafft ihr so unter normalen Bedingungen überhaupt nicht. Also 1000 mm pro Sekunde sauber zu drucken, das ist eine Kunst. Kann sein, dass sie das schaffen. Da lasse ich mich gerne überraschen. Des Weiteren kommt dann noch ein CPAP-Fan, das kennen wir aus der Voron-Community. Ist ein, ich sag mal auf Kult-Deutsch, ist ein Staubsauger, der aber die an nicht saugt, sondern bläst und mit einem Schlauch runter ans Hotend geht. Das heißt also, wir haben gar keinen Hotend-Bauteilkühler, sondern das wird extern mit einem Luftschlauch dazugeführt. Wir haben Direct Drive mit einer Nozzle, die bis zu 300 Grad geht beim T1 drin. Eine Kamera mit AI-Erkennung, da kennen wir diese typischen Phänomene. Spaghetti Detection, wenn die Bauteile sich lösen, also etc. etc. Und der ist mit einem Bauraum ausgestattet von 260 in der Grundfläche, im Radius. Jetzt müssen wir ja aufpassen, das ist ja nicht quadratisch praktisch, sondern es ist ja im Radius und bis 330 mm Bauhöhe. Touchscreen, Plastikgehäuser und fertig ist ein T1. Der S1 ist dann nochmal eine Spitze drauf. Wir steigern nochmal die Druckgeschwindigkeit um weitere 200 mm pro Sekunde auf 1200. Wir steigern natürlich auch nochmal ganz schnell von 30.000 auf 40.000 mm pro Sekunde Beschleunigung. Und natürlich müssen wir auch die Flowrate nochmal mit 20 mm pro Sekunde erhöhen auf 110. Das ist viel. Der CPAP-Fan, der bleibt noch wie er ist. Wir haben auch wieder Direct Drive. Die Nozzle aber jetzt nochmal 60 Grad höher, 50 Grad höher, entschuldigt, auf 350 Grad. Dazu kommt noch gepaart, wie es auch die Spitzenmodelle der Konkurrenz haben mit LiDAR-Scanner, damit wir das auch besser scannen können. Kamera AI ist klar, hatten wir bei dem Kleinen schon. Der Bauraum vergrößert sich auf eine runde Fläche von 320 mm im Durchmesser Millimeter und 430 mm in der Bauhöhe. Wir haben dann noch ein Touchscreen, wir haben auch noch ein Bild-in-Filament-Trockner und eine Multi-Heizzone, was ganz praktisch ist, wenn ihr kleinere Objekte druckt, dass ihr nur den inneren Kreis beheizt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann den äußeren machen. Wie gesagt, die Preise stehen fest. Lieferbar sind die ab EU-Lager Ende Februar. Beide kommen sie dann in etwa zu euch. Und wie gesagt, wenn ihr mehr bossen wollt, bei XR-Control. Gerade erst letzte Woche hatte ich ja die Beta 1 noch angekündigt als Nachtrag, weil das die nicht ganz in die News geschafft haben. Kam jetzt schon gestern, vorgestern die Beta 2 raus. Für euch müsste es eher vorgestern. Kam die Beta 2 heraus und mit der Beta 2 haben wir auch wieder noch ein paar Verbesserungen vom BambuLab Studio. Da wurden unter anderem nochmal die Filament-Voreinstellungen, dass man die löschen kann, wenn man die zugeordnet hat. Es wurden schnellere Slicen, das wurde also da ein bisschen behoben. Dann wurde das Alignment-Tool verbessert und so weiter und so fort. Es lohnt sich also, wer von euch schon mal die Beta 1 schon drauf hat, auf alle Fälle auf die Beta 2 zu updaten. Denn es gibt einfach die ein oder anderen Fehler, über die bin ich jetzt zwar noch nicht gestolpert, die dort aber mittlerweile gefixt sind. Es gibt aber immer noch eine Sache im BambuLab Studio, die ich krampfhaft vermisse. Wo, in aller Herrgotsnamen, stelle ich für den X1C verdammt nochmal die Bauraumentlüftung ein. Die fehlt mir immer noch, denn es gibt einfach gewisse Momente, da möchte ich die einfach steuern. Und natürlich auch die Flagships von Creality erwartet jetzt eine neue Firmware. Es gab wieder Verbesserungen, Exclude Object auf der HouseWeb UI. Auf dem Display werden jetzt mehr Informationen zum Routzugang angezeigt. Die MAC-Adresse auf dem Display wird angezeigt. Es gibt eine Firmware-Rollback-Möglichkeit. Versteckte Wi-Fi-Netzwerke können genutzt werden. Die Prüfung des internen Speichers ist mit drin. So ein bisschen liest sich diese Release-Note wie die davor. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber hat Creality auch die Release-Notes neuerdings schon von der vorherigen Version kopiert? Ich habe keine Ahnung. Eine wichtige Side-Note gibt es noch am Rande und das ist wichtig. Wenn ihr dieses Update macht, sichert euch auf alle Fälle alle Daten, sofern ihr Fluid- oder Mainzell-Oberflächen benutzt. Denn dieses Update überschreibt euch knallhart die Konfiguration. Also vorsichtig, erst die Konfiguration sichern, dann das Update machen. Und natürlich zum Abschluss habe ich natürlich noch was. Es gab diese Woche enorm viele gute Deals und die letzten laufen jetzt so langsam aus im Verlauf des Wochenendes bzw. zum Start der Woche. Ich kann euch nur sagen, es gab Spitzengeräte zu Spitzenpreisen. Zum Beispiel unerwartet hat Bambulep ja die Preise nach unten gesenkt für seine Drucker, was bisher nie der Fall war. Absolut unerwartet, auch mit den Leuten, mit denen ich kommuniziere. Alle sind so ein bisschen rücklinks umgefallen. Creality's K1 und K1 Max Flagship sind auch enorm günstig geworden. Da gab es auch satte Rabatte, wow, das reimt sich sogar, vielleicht leben wir alle hier noch ein Jahr länger miteinander. Und natürlich auch auf Filamente und Co. Also wer nochmal so kurz vor Weihnachten jetzt nochmal das ein oder andere sucht, vergleicht nochmal, guckt euch das nochmal an. Rabatte sind immer gut und sie vielleicht jetzt mitzunehmen und sich später nicht ärgern zu müssen, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Es ist nicht auszuschließen, dass es noch Neujahrsrabatte wieder geben wird. Wir kennen diese ganzen Spielereien. Scheinlich's New Year ist ja dann auch irgendwann Ende Januar. Also von daher, da wird es wahrscheinlich wieder auch irgendwas geben. Aber wer jetzt nochmal dieses Jahr, glaube ich, was will, ist im Vorweihnachtsgeschäft jetzt so ziemlich gut bedient nochmal. Ich denke, ich möchte es nicht, ich möchte es mit einem Sternchen oben versehen. Keine Angaben, keine Gewähr auf diese Angaben, muss man ja eher sagen. Ich denke, dass da nicht nochmal so große Rabatte in nächster Zeit kommen. Denn das Weihnachtsgeschäft wollen alle gut mitnehmen, nachdem sie jetzt alles zu Dumping rausgeknallt haben. Das soll es dann wieder heute gewesen sein mit den News. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Ich gucke nochmal kurz. Bei mir hat es gerade geschneit. Es ist jetzt, ja, es ist schon jetzt sehr spät. Es ist gleich Mitternacht. Es hat geschneit. Ich hoffe, bei euch ist es vielleicht auch ein bisschen weiß. Und ihr habt morgen eure helle Freude, wenn ihr dieses Video seht und draußen Schnee liegt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.